Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom XXL-Silage-Projekt. Ich sehe gerade, hier hat sich ein Anhänger komplett verknotet, weil hier irgend so ein Vollidiot so blöd ist anzuhalten. Mein Gott, immer diese dämlichen KI-Fahrer. Ich muss das Hirn einschalten beim Fahren. So, sehr gute Einleitung. Das heißt, wir können jetzt direkt mal anfangen hier, die zu entladen. Der ist ja leider hier ein bisschen weit nach vorne gedrückt worden, durch diesen Pfosten. So, man sieht, ich habe schon wieder ein bisschen getan, seit den letzten Folgen. Sehr viel ist es nicht, aber so eine Million Liter ungefähr könnten es sein. Könnten sogar sehr gut sein, oder? Wie viel sind es genau? Es sind, oh, sogar schon fast 1,7 Millionen Liter. Sieht gar nicht so viel aus. Wenn man sich mal bedenkt, auf dem anderen Spielstand habe ich eine Phase, Silo, da passt maximal eine Million Liter rein. Und das ist hier noch nicht mal ein Viertel. Da merkt man erst mal wieder, wie groß das Ganze ist. Und wie viel Arbeit das Ganze ist, habe ich ja leider schon merken müssen, mit dem anderen Silo hier. Wie gesagt, falls einer Bock hat, hier mal mitzuhelfen, soll er sich in den Kommentaren melden. So, was ist jetzt hier? Ah, so. Dann kann sich der schon wieder verabschieden. Einmal von der BGA zum Feld. Und wiedersehen. So, dann direkt weiter zu dem. Einmal wiedersehen. Und wiedersehen. Also es hat zwar jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun, aber ich höre heute so am Tag Radio, ne, kommt da so ein Lied von Drake, ne, der Moderator, als das Lied vorbei war, das war Dreck, äh, Drake, also ich fand es so mega lustig, wie er da so ganz unauffällig versucht hat, das Ganze zu überspielen. Aber ganz ehrlich, das Lied war auch Dreck, von daher war es gar nicht so falsch, ähm, genau, von der BGA zum Feld und, hä, was ist denn jetzt passiert, wieso verbindet der denn jetzt manchmal hier diese Routen auf einmal, hier Start, da Stopp, warum, ne, umgekehrt, hier Start, hä? Ach so, ich habe zwei kombinierte Kurse drin, ich bin ja wieder mal intelligent hoch 12, ähm, nochmal von der BGA zum Feld und jetzt aktivieren. Okay, jetzt haben wir es, glaube ich, geschafft, genau. Genau, dann können wir jetzt den auch hier ausleeren und dann können wir die auch schon wieder beladen. Genau. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier sieht man, die ganzen Trecke habe ich verkauft und die Gewichte davon stehen dann noch rum. Könnte man natürlich verkaufen, aber auf der anderen Seite weiß man ja nicht, welches welches ist. Das heißt, irgendwann verkaufe ich dann aus Versehen das Gewicht von dem, von diesem, jetzt habe ich den Namen vergessen, von dieser Karre halt, mit der ich immer verdichte. Genau, Glaserion oder so heißt der, oder? Keine Ahnung. Spielt aber auch eigentlich keine Rolle. Fakt ist, dass ich die nicht zuordnen kann, die Gewichte, deswegen wäre es dumm, wenn ich die jetzt verkaufe und am Ende fehlt das, was ich eigentlich noch gebraucht hätte. Deswegen sparen wir uns das einfach, die stören ja da keinen. Okay, einmal einschalten den Wagen und dann aufladen. Ich glaube, wir sind aber so gut jetzt bei der Hälfte angekommen vom Feld, also bei den Schwaden. Das heißt, so viel wird es nicht mehr sein. Natürlich wird das alles nicht in dieses eine Silo passen, aber den Rest können wir immer noch zum Ballenpressen nutzen oder so, stelle ich mir ganz lustig vor. 4000 Liter Ballenpressen mit diesen Schwaden hier. Alle zwei Meter, fünf Ballen. Aber warum nicht, ne? So, wir sind voll. Dann einmal abladen wieder bei der BGA. Ähm, vom Feld zur BGA. Und tschüss. Ich kann die übrigens jetzt von hier sogar schon losschicken, weil da hinten, ja, erst der erste Wegpunkt ist. Also hier ungefähr. Denn sonst war der ja immer quer über die ganzen Schwaden am Fahren. Da ist die Gefahr dann recht groß, dass der sich festfährt. Aber das ist ja zum Glück jetzt nicht mehr so, weil wir sehr weit sind. So, dann einmal zum anderen hin. Hier ist er, wunderbar. Dann übernehmen wir den direkt. Aber ich muss sagen, wenn man sich dran hält hier, dann schafft man das schon an einem Tag. Also an einem echten Tag, ne? Denn ich weiß gar nicht, um welche Uhrzeit ich angefangen habe mit, äh, mit diesem Abfahren hier von diesem Feld. Aber einmal musste ich ja schon wieder vorspulen, bis wieder Tag wurde, weil es schon dunkel war. Habe ich, glaube ich, gar nicht im Video gemacht. Das war, glaube ich, ohne Aufnahme. Denn wenn ich hier alles in der Aufnahme machen würde, dann hättet ihr wahnsinnig interessante 24 Stunden, äh, Videomaterial, was einfach keinen interessiert. Weil ich ja im Grunde genommen immer das Gleiche mache. Ist, glaube ich, verständlich. Okay, der dritte Abfahrer ist auch schon da. Sehr gut. Dann können wir da gleich weitermachen. So, vom Feld zur BGA. Und tschüss. So, dann hier ist der andere. Und dann hier ist der andere. Eigentlich müsste man diese ganzen Fahrzeuge mal kärchern. Die sind schon einiges voll Dreck. Ist ja kein Wunder. Bei der, äh, Arbeit, die die hier verrichten. Tag und Nacht. An. Also, wenn man sich dran hält, dann ist es gar nicht so viel Arbeit. Wenn man natürlich immer nur 20 Minuten Takte hat. Und immer nur 20 Minuten am Stück arbeitet. Dann kommt einem das natürlich viel mehr vor. Wie wenn man einfach mal 2 Stunden oder so durchgehend hier abfährt und wieder entlädt und immer das Gleiche macht. Dann geht's eigentlich. Dann hat man so einen Schwad ungefähr eine halbe Stunde weg. Ist natürlich immer noch nicht sehr schnell, ne? Im Vergleich zu so normalen Schwaden. Aber für diese Verhältnisse geht das eigentlich. So, Feld, BGA. Und Wiedersehen. So, dann gucken wir mal, wo der Erste wieder angekommen ist hier. Hier sieht man, er ist vor dem Fußballstadion. Das heißt, er ist auch gleich an der BGA. In der BGA liegt er bekanntlich hinter dem Fußballstadion. Wir übernehmen aber schon mal. Dann haben wir was zu tun. So, einmal abladen bitte. Oh, der hat aber einen langen Bremsweg hier mit dem Anhänger dran. Ich meine, ich muss sagen, ich fahre jetzt nicht das erste Mal mit dem Anhänger, sondern schon weit über 100 Mal. Aber man ist immer wieder überrascht, was für einen Bremsweg der doch hat. Einmal abladen. Ähm, wie viel Prozent ist denn er verdichtet? Hier, 81, das geht eigentlich. Denn ich hatte den neulich mal verdichtet. Mit Curseplay einfach immer im Kreis fahren lassen. Und dann geht das schon. Hier sieht man sogar noch ein bisschen die Reifenspuren hier. Hier so. Sehr unauffällig. Aber es hat seinen Zweck erfüllt. Verdichtet war es danach auf jeden Fall. Aber desto mehr Silage wir dazuschütten, beziehungsweise wie viel Gras wir dazuschütten, desto weniger verdichtet ist es natürlich. Ist ja logisch. So, BGA fällt. Und tschüss. Dann der nächste müsste jetzt auch gleich kommen. Oder? Wo ist er? Genau, der ist jetzt auch beim Stadion. Sehr gut. Einmal entlassen. So, jetzt diesmal nicht dagegen fahren. Hier, die Lücke muss noch gestopft werden. Dann werden wir den Anhänger auch schon wieder quitt. Denn da passt so viel rein. Das ist echt gigantisch. Man müsste mal so ein großes Silo in echt sehen. Da wird einem das erstmal bewusst, was man hier eigentlich macht. So, BGA fällt. Und tschüss. So, der dritte ist jetzt auch am Stadion. Sehr gut. Entlassen. Also eigentlich könnte ich hier dreimal die gleiche Szene einblenden. Und es wird gar keiner merken. Ich bin echt gespannt, wie viel Geld wir da mitmachen. Wenn das Ganze endlich fertig fermentiert ist. Und wieder das Ganze dann verkaufen. Das dauert natürlich auch nochmal einige Folgen lang. Aber da stelle ich mir richtig cool vor. Wenn man dann endlich wieder was anderes macht. Und das Ganze hier raus befördert. Und freut sich dann immer auf die nächste Arbeit, wenn man eine fertig hat. Das kennen die wahrscheinlich selber. Okay, ich glaube, das waren dann schon alle drei, ne? BGA fällt. Und tschüss. Ja, das müssten auch schon alle drei gewesen sein. Hier sieht man, der Erste ist schon wieder am Feld. Dann würde ich sagen, war es uns auch schon bei diesem Video. Wenn es dir gefallen hat und du mehr große Projekte willst, lass gerne einen Daumen nach oben da. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Dann bis zum nächsten Video und ciao. Bis zum nächsten Mal.